Klemens Kubis Living Buddha Das alte Ladakh und Tibet, Widerstand des Geistes. Die großen Kinodokumentationen von Klemens Kubi. Und jetzt sein neues Meisterwerk, Todas am Rande des Paradieses. Uns fehlt es an nichts. Wir sind reich. Mein Leben war unbeschwert und ohne Angst. Sie arbeiten nicht. Sie betreiben weder Ackerbau noch Handel oder Handwerk. Das Gras ist heilig. Die Tiere leben davon. Die Büffel sind unsere Brüder und Schwestern. Ihr müsst viel üben. Ihr seid fruchtbar. Mit uns ist es doch schön. So selten ist es. Mit wem hast du ihn zusammen? Muss ich alle Namen nennen? Du weißt, ich hatte vier Ehen. Vorher? Ich weiß nicht mehr. Das ganze Leben eines außergewöhnlichen Volkes am Rande des Paradieses. Todas von Klemens Kubi Vertraue und Tendlich Die Türchen. Ich verstehe. Vielen Dank.